Hi Leute, hier ist der George und alles einmal herzlich willkommen zu meinem allerersten Video. Habt ihr auch schon mal das Problem gehabt, dass ihr ein Video auf YouTube hochladen wolltet oder einen Freund geben wolltet und die Datenmenge einfach zu groß war oder die Internetverbindung zu schlecht? Ich will euch heute mal ein Programm vorstellen, mit dem ihr Videos extrem runterrechnen könnt und dieses Programm heißt Handbrake. Handbrake. Viele von euch kennen es wahrscheinlich noch nicht. Handbrake ist für fast jede Plattform verfügbar und das Beste ist es kostenlos. Und ihr könnt es runterladen unter handbrake.fr und was das Programm macht, das gucken wir uns jetzt mal an. Zunächst einmal starten wir Handbrake und es wird gleich gefragt, von wo man die Datei nehmen möchte, die man kleinrechnen möchte. Ich nehme jetzt mal dieses Dubai Video hier, öffne das und zu den ganzen Einstellungen hier sage ich nicht viel, es ist einfach nur eine Programmempfehlung. Das einzigste, was ihr verstellen müsst hier ist die Quality. Die stellt ihr von 20 auf 23 und das war es auch schon. Dann drückt ihr Start und es fängt an zu rendern. Ich habe das schon mal durchgeführt und das hat ungefähr vier Minuten gedauert bei diesem Video. Und jetzt schauen wir mal an, was das gebracht hat. Das Original Video war 1,4 GB groß und nach dem Rendern war es nur noch 200 MB groß. Also habt ihr 1,2 GB Datenmenge eingespeichert und das ist schon mal eine ganze Menge. Und ob die Qualität jetzt darunter gelitten hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Hier in Premiere habe ich mal beide Clips reingeladen auf 100% Ausschnitt voller Auflösung. Und wie ihr seht, es gibt keinen großen Unterschied. Rechts sehen wir das gerenderte, also das After, das kleinere und links seht ihr die größere Version, also das Original. Und der einzige Unterschied, den ich feststellen kann, ist, dass die Strukturen, also hier in dem kleineren, etwas weniger knackig sind. Aber ganz ehrlich, bei einem Bewegtbild wird es kaum auffallen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Programmtipp gefallen. Wie gesagt, handbrake.fr, da könnt ihr es runterladen und bis zum nächsten Mal.